Captain Kenway. Immerzu ein Dorn in meinem Auge. Erfüllt dich dieser Mord mit Stolz? Ich habe nur ein Werk voll Ende, Torres. Wie du es auch getan hättest. Wie ich es getan habe, denke ich. Dir ist keine Familie geblieben, keine Freunde, keine Zukunft. Deine Verluste sind weit größer als unsere. Das mag sein. Aber dein Tod macht ein größeres Übelwetter, als ich selbst je beging. Und daran glaubst du wahrhaftig? Ihr wolltet die ganze Menschheit einsperren in einen watteweichen Käfig. Warm und sicher, jedoch taub und abgestumpft, jeder Seele beraubt. Also ja, nach alledem, was ich in den letzten Jahren sah, glaube ich fest daran. Ihr tragt eure Überzeugung gut. Sie steht euch. Korres hat etwas Böses erweckt. Sind wir sicher? Da wir den Apparat haben, glaube ich schon. Wie nennt ihr diesen Ort? Captain Kenways Torholt! Wir versiegeln den Ort und werfen den Schlüssel weg. Bis ein anderer Weiser erscheint, bleibt die Tür verschlossen. Wir waren Gefäße, als sie zuletzt hier war. Voll mit dem Blut früherer Menschen, sagte Roberts. Doch, nun sind sie fort. Dann liegt es an uns, sie zurückzuholen, bevor die Tempter davon Wind bekommen. Dabei könntet ihr uns helfen. Werde ich, aber... erst wenn ich daheim alles in Ordnung gebracht habe. Das kam letzte Woche an. Aufwachen! Ich glaube, wir wurden uns noch nicht vorgestellt. Nicht in dieser Epoche jedenfalls. Ich wünschte, ich könnte das alles erklären. Aber es bleibt nicht viel Zeit. Die Kurzfassung ist, du hast meine geliebte Juno gesehen. Und für einen Moment dachte ich, sie würde deinen lieblichen Körper einnehmen. Aber irgendwas ging schief. Und jetzt ist sie wieder da draußen, ziellos. Oh, sie war absolut hinreißend. Aus einer Rasse bildschöner, wunderbarer Kreaturen. Sie haben euch erschaffen. Wusstest du das? Dein Volk war nur ein Werkzeug für sie. Das ist alles, was ihr wart. Alles, was ihr je sein solltet. Nicht mehr lang, hoffe ich. Denn die Welt ist schon fast reif. Für ihre Rückkehr. Vernetzt. Bereit für ihr zweites Kommen. Oh oh. Da kommen sie. Diese Templer. Oder vielleicht die Assassinen. Idioten. Alles ab. Ich beneide dich. Es war ihr Wunsch, dass ich sie hier begrüße. Es war ihr Experiment, das meine Wiedergeburt ermöglichte als eins von... diesen Dingern. Und bleiben. Auf den Rücken legen. Sofort. Er ist bewaffnet. Führe mich in das Grau, Geliebte. Ich bin dein Instrument. Waffe fallen lassen. Runter damit. Weg mit der Waffe. Sicher, sicher. Prüf den Puls. Er verblutet. Check das Opfer. Sind Sie okay? Können Sie mich hören? Hallo, sagen Sie etwas. Sind Sie okay? Sie sind wach. Gott sei Dank. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Können Sie aufstehen? Gut. Versuchen Sie zu laufen. Der Doktor war hier. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Das Mittel in der Spritze war weit, weit unterhalb der tödlichen Dosis. Das alles tut mir so furchtbar leid. Einfach alles. Unsere Beweise, wie sind alle auf Sie? Dabei ging alles von John aus. Gott, was er alles auf seinem Rechner hatte. Was immer Sie brauchen, Sie bekommen es. Das war wirklich gute Arbeit. Wo wir davon sprechen, unser Triller ist fertig. Wollen Sie ihn sehen? Das schulde ich Ihnen. Das hätten wir. Er ist jetzt in Ihrer Datenbank. Sie können ihn hier ansehen oder im Animus. Sie werden ihn mögen. Er fängt tatsächlich den damaligen Zeitgäst ein. Bis bald. Und nochmal. Vielen Dank. Wenn Piraten die Weltmeere beherrschen, erkennen diese Männer, nichts ist mehr heilig und die ganze Welt dreht sich nur um Rum. Beute und Frauen. Hola, Ladies! Diesen Sommer brechen Sie mit Abstergo Entertainment zum Abenteuer Ihres Lebens auf. Schärfen Sie Ihre Entermesser, polieren Sie Ihr Holzbein und segeln Sie mit den Teufeln der Karibik. Die Altersfreigabe steht noch aus. Gentlemen, wie gefällt es euch hier? Es wird uns sicher reichen. Doch unser Ziel muss es sein, uns noch weiter zu verteilen. Unter den Menschen, die wir schützen, zu leben und zu wirken, so wie Altaer Ibn La'ahad es uns lehrte. Nun, bis es soweit ist, nutzt es nach Belieben. Edward, Captain Woods Rogers Wunden sind verheilt. Er ist wieder zurück in England, entehrt und verschuldet. Bleibt aber gefährlich. Das erledige ich bei meiner Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Na, abend, Anne. Edward? In den nächsten paar Monaten segle ich nach London. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mitkämpfst. England ist die falsche Richtung für eine Frau aus Irland. Bleibst du hier bei den Assassinen? Nein, ich habe nicht die Überzeugung im Herzen. Und du? Irgendwann, ja. Wenn mein Geist zur Ruhe kommt und mein Blut sich abkühlt. Schiff voraus! Es nähert sich der Buch! Du bist ein guter Mann, Edward. Und wenn du es einst länger als eine Woche an einem Ort aushältst, bist du auch ein guter Vater. oder nicht die Arbeit. Du bist ein guter Vater. Es war ein guter Vater. Ich spese den Mann, die Brotter der Mannschaft. ich habe das in meinem Geist. All dem Geld, ich habe es in der Brotter. Ich habe es in mein Geschäft. Das Ere I've done Alas, it was to none but me And all I've done for want or with To memory now I can't recall So feel to me the parting glass Good night and joy be with you all Oh, all the comrades That Ere I've had They're sorry for my going away And all the sweethearts That Ere I've loved They'd wish me one more day to stay But since it falls Until my love That I should rise And you should know Wahrscheinlich, denke ich Oh, das ist schade Ich hätte so gerne einen gesehen Ich sag dir was, Jane Sobald sich der Wind etwas gelegt hat Darfst du die Jackdaw steuern Ein Abstecher ans Ruder, bevor es dunkel wird Oh, ja Miss Jennifer Kenway, darf ich mich euch vorstellen? Jennifer Scott, wenn's recht ist Verzeihung? Ich, ich... Meine Tochter wuchs bei ihrer Mutter auf, Caroline Bis sie vor ein paar Jahren verstarb Jenny zieht ihren Namen dem meinen vor Ah, verzeiht meine Unkenntnis Ich schon Sie vielleicht nicht Vater, hilf mir Der kleine Rotzlöffel dagegen ist ein Kenway Was ist los, Hatham? Ich kann die Bühne nicht sehen Hoch mit dir Besser so? Ja Doch wird dein Arm nicht müde? Hey, so alt bin ich noch nicht Und falls ich ermüde Können wir ja gehen und deine Mutter treffen Auf eine Schokolade bei White's Wie klingt das? Ja, bitte Gut, still jetzt